Hallöchen, so, heute ist es soweit. Wir haben den dritten, nee, heute ist der 10. Mai. Wie komme ich denn jetzt auf den dritten? Heute ist das Paket gekommen von Amazon, was ich bestellt habe. Und zwar warte ich ja schon seit einer halben Ewigkeit darauf, dass endlich mal die... Jetzt muss ich das erstmal aufkriegen hier. So, die leckeren Wheels, Cornflakes von Forbro, in den Handel kommen. Die gibt es ja jetzt schon seit gut drei Monaten. Und bei Forbro hat man jetzt gesagt, die sind im Handel bei Rewe, bei Globus und auch bei Edeka erhältlich. Ist aber leider nicht der Fall und das bis heute. Deshalb hatte ich einfach jetzt mal endgültig die Nase voll und habe mir diese Sachen jetzt mal bei Amazon bestellt. Das sind sieben Stück, kosten 24,99 Euro. Also im Laden kosten die 2,99 Euro pro Packung. Ich habe jetzt glaube ich zwei Euro mehr bezahlt, aber dafür war es versandkostenfrei. Also alles in allem, egal, ist trotzdem in Ordnung. So, das sind übrigens die Besten hier. Die schmecken wirklich lecker. Also die schmecken nach Kaugummi, haben einen richtig guten süßen Geschmack. Da muss nichts mehr nachgesüßt werden. Und die Milch verfärbt sich rosa. Sieht dann aus wie Erdbeersaft. Richtig lecker, kann man süchtig von werden. Das sind 250 Gramm, die da drin sind. Kann ich sehr empfehlen. Also mir schmecken die gut. Haben wieder hier diese typischen Forbro-Sprüche drauf. Ich mag ja Forbro sehr gerne. So, hier einmal lesen. Stabiler Geschmack. Ist gut. Ballert Bruder. Und hier nochmal. Da, diese Forbro. Habe ich jetzt also erstmal sieben Stück von bestellt. Und es gibt noch eine Sorte. Da ist also Schokolade mit Marshmallows. Die habe ich auch schon mal probiert. Man kann die essen. Aber der Geruch von den Schokoladendingern da mit Marshmallows, das riecht irgendwie nach Asche. Das ist also nicht gerade angenehm. Aber die hier, die haben einen sehr guten Geruch. Die riechen, sobald du die Tüte aufmachst, nach diesem Kaugummi. Nach Bubblegum. Das ist so lecker. Es riecht gut. Es schmeckt gut. Das ist das beste Müsli, das Forbro auf den Markt gebracht hat. Sehr empfehlenswert. Probiert es einfach mal aus. Mir schmeckt es sehr lecker. Ich denke euch auch. Wenn ihr die auch nicht im Handel findet, bestellt die einfach bei Amazon. Da gibt es die einfach hier Wheels eingeben von Forbro auf der Amazon Seite in der Suchzeile. Dann wird euch das angezeigt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert meine Kanäle und macht das Herz rot. Und folgt mir. Bis dann. Ciao.